Du bist das erste Mal dabei, ja dann geh doch du Peller, dann Raka 87 wird deine Karriere beenden. Du hättest Klausel niemals platt gemacht, du Vogel, und wenn du schon so ne Videos drehst, dann mach das mal synchron. Und du willst durchstarten, ich wüsste wie das klappt, steck dir Raketen in den Arsch und ich zünde sie an. Und was ich existiere, nicht okay, du battelst niemand und niemand tritt hier in den Arsch, du verlierst gegen niemand. Und du glaubst doch nicht im Ernst, dass du hier weiterkommst, mein Freund, dass du hier teilgenommen hast, das wirst du leider noch bereuen. Denn ich bin dein erster Gegner und eindeutig dein letzter Hurensohn, sagen, bringt nix, denn du bist einfach kein Äster. Versuch doch einfach nächstes Jahr noch einmal mitzuharren, vielleicht verkleidest du dich, ach nein, du bist ja schon ein Affe, also hau mal lieber rein. Und gib mir doch nen Daumen, schau später wieder rein, um vor Runde 2 zu schauen.